Mein Name ist Matthias Pfeiffer und ich studiere Softwareentwicklung an der TU Graz und ich habe meine Bachelorarbeit über Verschlüsselung und staatliche Überwachung geschrieben. Meine These ist, dass staatliche Hintertüren mehr Kriminalität erzeugen, als sie eigentlich verhindern. Der Grund für diese These ist, dass staatliche Hintertüren immer die Software komplexer machen und dadurch viele neue Angriffsvektoren ermöglichen. Ein weiteres Problem wäre, dass sich durch die staatlichen Hintertüren viele Daten ansammeln in Behörden, was natürlich dazu führen kann, dass es dort Insider gibt, die auf diese Daten zugreifen und vielleicht für politische Zwecke missbrauchen. Ein weiterer Punkt ist, dass staatliche Hintertüren State-of-the-Art-Methoden bei der Verschlüsselung verhindern. Das heißt, jeder Hack hätte dann umso schlimmere Auswirkungen. Die Gesellschaft wird insofern beeinflusst durch diese These, als dass jeder, die eine sichere Gesellschaft möchte, sich dafür einsetzen sollte, dass Verschlüsselung unbeeinflusst und so stark und sicher wie möglich ist. Also die Vorteile sind sicherlich, dass man die Technologien, die immer stärker benutzt werden, sicherer macht und dass es dadurch mehr Vertrauen in der Gesellschaft in diese Technologien gibt. Der Nachteil ist natürlich, dass die Kriminalitätsbekämpfung unter Umständen erschwert wird, wobei es dafür keine Fakten oder Studien gibt, die das wirklich belegen. Der Worst Case in dem Fall wäre natürlich eine Ausweitung der Kriminalität und im schlimmsten Fall auch von Terrorismus. Wir sollten in einer idealen Welt den Datenschutz priorisieren und es sollte einen gesamtgesellschaftlichen Konsens darüber geben, dass dieser Datenschutz enorm wichtig ist für eine moderne, demokratische Gesellschaft. Die digitale Gesellschaft von morgen erscheint in der Zukunft der Digitalisierung. Das meint mir so, dass sich mobile Geräte noch weiter verbreiten werden, dass diese mobilen Geräte dazu benutzt werden, dass der Bürger sich damit gegenüber dem Staat ausweist bei Wahlen und bei digitalen Amts wegen und ich hoffe, dass diese Verbreitung dieser mobilen Geräte sich dazu führt, dass Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ein Grundrecht wird, so wie es jetzt das Briefgeheimnis ist. Ich warne davor, dass der Staat allwissend wird über jedes Detail des Privatlebens seiner Bürger und dass dadurch jegliche Opposition oder jegliche gesellschaftliche Erneuerung quasi unmöglich gemacht wird. Untertitelung des ZDF, 2020